Hallo und herzlich willkommen zu City Skyline Snowfall. Ich bin Luxor und ich habe mir wie die letzten Male auch so einige Community Kommentare durchgelesen und nochmal recht herzlichen Dank. Die letzten die ich bekommen habe waren einmal von Flo Flo Hosen, der sich ja für den internationalen Airport bedankt hat als Gebiet. Gerne Flo. Und er meinte wir können ja hier noch ein paar besondere Gebäude freischalten. Das hatte ich vor dann so ab Folge 90 in etwa zu machen. Das was wir schaffen. Das sind relativ, ich sag mal, die sind extrem einfach freizuschalten. Andere wieder doch etwas aufwendiger. Hier, wie bauen sie Drennstanzen von Universitäten. Da kann man theoretisch jetzt einfach drei Universitäten hinhauen, das Gebäude holen, hinsetzen, fertig, die Unis wieder abreißen, dadurch, dass ich ja maximal eine haben möchte. Denn wir haben ja zum Teil noch eine Arbeiterstadt. Und dann gibt es noch andere Gebäude, wie zum Beispiel, blum, 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 so, Start für die Industrie zum Beispiel holen wir es oder so hin auf 7.000 Quadrat, ja 10.000 Quadrate. Industrie, das zum Beispiel würde etwas dauern. Ich versuche allerdings mein Bestes. Ja, wie gesagt, es gibt schwierige, es gibt einfachere. Zum Beispiel hier haben wir auch demnächst den Geschäftspark. Dafür brauchen wir 20.000 Quadrate Gewerbegebiet. 17.000 haben wir momentan. Den Geschäftspark brauche ich auch später für das Monument. Wenn man es dann weiß nicht, ob nur eins zugelassen ist. Ansonsten für das Eden-Projekt, weil ich ja so oder so haben wollte, dass keine Luft- und Wasserverschmutzung kommt. Soviel erstmal dazu. Und dann hat Chiluminati noch geschrieben, dass er unter anderem ganz gerne mehr Kanäle sehen wollen würde. Und fand ich an und für sich gar nicht mal so verkehrt die Idee. Unter anderem würde ich ganz gerne Kanäle hier um Chiluminatis Bezirk bauen. Und Gaming Creepers. Ja, was ich auch noch gemacht habe, in der Zwischenzeit, ich habe mir noch ein paar Mods runtergeladen. Unter anderem Moment. Hier noch andere Bahnhöfe, die eventuell etwas stylischer aussehen. Und den einen würde ich ganz gerne hier mit ranhauen. Dazu reißen wir erstmal... Machen wir das? Ja, machen wir einfach mal. Reißen wir den Bahnhof hier einmal ab. Einmal kurz Platz schaffen. Und da würde ich hier schon ganz gerne die Modern Train Station ranhauen. Dürfte so... Der ist schon ein bisschen länger, sage ich mal. Aber so passen. Jetzt schließen wir mal eben die Gleise mit an. Ähm... Einmal bitte freilaufender. Zack. Einmal hier mit rein. Und einmal von hier hinten. Zack. Da mit rein. Lassen wir das Ganze mal kurz. Ne, nö. Nicht miteinander verbunden, na. Verschwindet ihr noch oder nicht? Oh, ho, 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 ho. Kaum einen Bahnhof weggenommen. Existiert hier gar keine Strecke mehr oder was? Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Okay, dann müssen wir dementsprechend auch noch eben die Bahnhöfe neu markieren. Äh, Moment. Einige scheint es aber noch zu geben. Gehen wir mal zum letzten Punkt. So, hier haben wir noch was. Wo bricht denn der Kontakt ab? Hier gibt es noch in beide Richtungen. Ach, ne, okay. Jetzt hat es sich wieder selber hergestellt. Ach so, dadurch, dass die Zeit auf langsam läuft, hat es etwas gedauert. Okay, jetzt verpeile ich immer wieder. Ja, und ich finde den Bahnhof hier sehr geil. Den hatte ich auch in meiner ersten Staffel. An für sich ein sehr, sehr hübsches Gebäude. Wie ich finde, auch wenn er beleuchtet wird, leuchtet er so ein bisschen rot. Ich finde es stylisch hier mit den Fenstern und so weiter. Ja, und der fügt sich in den Wald auch ganz gut ein, würde ich behaupten. So, da drin erkennt man die Züge. Düm, düm, düm. Mal gucken, ob wir hier auch direkt reinschwumeln können. Sieht nicht so aus. Wir kommen nicht tief genug. Verdammt. Schade. So, nun gut. Haben wir den ersten schon mal ausgebaut. Und so ein modernes Ding könnten wir eigentlich auch nach Boom Island setzen. So, hier war der Frachthafen. Aber wir haben ja hier hinten noch einen Bahnhof. Wobei der von der Optik hier eigentlich schon ganz gut reinpasst. Hier ist das eckige Kastengebäude, man hat ein Gewerbegebiet. Nun würde der andere wahrscheinlich zu stylisch wirken. Ne, den belassen wir mal. Wow, ist das hier voll. Na, Lohre, jetzt müssen hier aber einige verschwinden. Haut ab hier. Steigen genug Leute aus, aber keine steigen weiter ein. Hm. Gut, drum sei es so. Momentan haben wir Nachfrage an Gewerbe. Mal gucken, wo wir noch Gewerbe ein bisschen hinbauen könnten. Und theoretisch, ich würde ganz gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, hier hinten die Straße ein bisschen ändern. Dann, abändern. Machen wir das auch einfach mal. Wir haben hier hinten Bus und Taxi Spuren. Und zwar, was sind das? Sechsspurige. Schnappen wir uns die einmal. Ja, ne, gerade haben wir auch. Zack, Bonus dahin. Und verbessern den Teil. So, und der Bogen ist an und für sich extrem hässlich. Den würde ich ganz gerne entfernen. Na, das waren die Bäume. Die wollte ich im Optimalfall nicht wirklich entfernen. So, ich lasse mir die Zeit hier ein bisschen schneller laufen, damit sich hier eventuell die Route wiederfindet. Wunderbar, hat geklappt. Und dann können wir hier auch noch ein bisschen Gewerbe mit hinsetzen. Machen wir das so. Hier hinten wird das Gewerbe sehr wahrscheinlich kaputt gehen, wenn wir hier noch ein bisschen was bauen. Aber vereinzelt werden wir hier noch ein bisschen was bauen, damit die Touristen hier auch etwas zum Shoppen haben. Jo, was können wir hier noch machen? Erstmal gar nichts. Wirtschaftsindustrie wird leider gar nicht gefordert auf Arterboom Island. So, hier hinten in Wilmersdorf wollte oder meinte Flo Flo Hosen ja von wegen, dass wir hier auch noch ein bisschen was bauen können, was Gewerbe angeht für Touristenspezialisierung etc. Bin ich momentan noch nicht ganz so von überzeugt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil neue Busrouten etc. Und mein Wortschatz ist wieder sehr ausgeprägt etc. 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 So, wir haben ja hier auch die Klärbecken. Und die würde ich hier ungern wegnehmen, da es hier noch mit so die sauberste Insel ist. Von daher würde ich die schon ganz gerne da lassen. Was wir allerdings machen können ist, wir können hier mal das Gewerbe abreißen und bauen hier größeres Gewerbe ran. Gucken, was sich hier alles ansiedelt. Hier habe ich auch noch ein paar Karos vergessen auszumalen. Oder es ist durch die Straßenerweiterung mal passiert. Dass ich die Straßen erweitert habe, umgebaut habe, wie auch immer. Und nicht mitgekriegt habe, dass die Felder größer sind. Wäre auch nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. So, da baut sich auch schon wieder neues Gewerbe. Hier drüben setzen wir auch einfach nochmal Gewerbe mit ran. Genauso hier hinten wie neben das Taxi-Depot. Wie sieht es denn hier mit dem Heizen aus? Wasser und Heizung ist gegeben. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und ich habe noch, ich weiß nicht, ich habe mir die Mod noch nicht angeguckt. Na nun, was das dann. Genau, Triple Stack Roundabout runtergeladen. Das ist, wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Damit sollte man allerdings Straßen übereinander bauen können. Oh, du Scheiße. Ne, so war das eigentlich nicht gedacht. So wollte ich es nicht haben. Ja, okay. Gut, das ist es schon mal nicht. Scheint einfach nur ein größeres Autobahnkreuz zu sein, wie auch immer. Mit vielen Ab-Auf-Zufahrten, wie auch immer. Okay, ne, wie gesagt, das war es nicht, was ich wollte. Ich wollte eigentlich so eine Pfosten, habe ich mir irgendwo runtergeladen, dass man Straßen übereinander setzen kann. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wo ich es finde, wo es sein könnte. Ich habe halt noch nicht groß nachgeguckt. Kraftwerke, Stromerzeugnisse. Unwahrscheinlich, dass es hier ist. Um, 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 um. Wunderbar. Ja, wie gesagt, müsste ich den nochmal schauen. Oh, loco, es sind ein paar Felder. Das Olympiastadion kann ich demnächst eigentlich auch löschen. Hat ja irgendwie nicht funktioniert. Okay, hier so oder so nicht. Monumente, hm. Vielleicht ist hier auch wieder irgendwo nur ein extra Menü dazu gekommen. Ja, aber wo wir hier schon gerade in dem Menüpunkt sind, äh, hatte ich ja erwähnt, dass Celuminati meint hier noch ein paar, ähm, ein paar Kai, ach Kai sag ich schon, äh, Kanäle haben zu wollen. Ja, und ich würde sagen, dass, dem Ganzen gehen wir mal auch nach. Wobei, hm, ich sehe gerade jetzt, dass es hier wahrscheinlich sehr, sehr schwer wird, um Celuminatis Viertel so einen Kanal zu bauen. Durch die ganzen, ähm, Autobahnen ab, auf, zu fahrten, die unterirdische Führung quasi. Jetzt könnte man allerdings noch hier hinten ein paar Kanäle hinsetzen und so ein kleines Trick mitbauen. Da müsste ich die Autobahn nur komplett einmal ummodeln. Ähm, genauso wird es hier ein Problem gehen um den Flughafen herum. Haha, und da bin ich natürlich wieder ein Held gewesen. Ein Held vom Erdbeerfeld. Hm, andersrum könnten wir hier. Kanäle drum führen. Ja, wobei, hier gibt es auch schon wieder U-Bahn-Stationen. Ach man, das ist doch zum Mäuse melken. Wohin, wohin? Das ist natürlich bescheiden schön, weil man hier schon so viel unterirdischen Krempel gebaut hat. Beziehungsweise das Ganze schon so voll gemüllt ist. Hm. Hier in unserer Hauptlinie auch nicht. Oh. Ja, hier müsste ich jetzt so viel abreißen. Chiluminati, wenn du zuguckst. Könntest du dir mal gerne erzählen, wo du das Ganze hinhaben möchtest. Ich persönlich habe jetzt hier nicht so ganz den Durchblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Da der Abrissaufwand ziemlich groß wäre, außer wir machen hier hinten irgendwie was. Wisst ihr was? Wir machen es einfach. Hier kann ich natürlich auch keinen Kanal durchziehen. Ist doch für'n Arsch. Entschuldigt bitte. Ja, okay. Wir disponieren einmal um. So, wie gesagt, Chiluminati, wenn du das siehst, bitte einmal sagen, wo du der Meinung bist, dass wir jetzt noch Kanäle hinbauen müssten, wo der Arbeitsaufwand nicht ganz so groß wäre. Ja, ansonsten werde ich jetzt noch weiter erstmal die Bahnhöfe hier so ein bisschen austauschen. Und? Werde ich das machen? Werde ich das nicht machen? Nee, wisst ihr was? Wir werden hier einmal die Autobahn abreißen. Das werden wir machen und die werden wir einmal hier unterirdisch verlegen. Und hier hinten danach theoretisch auch noch weiter. Ja, doch, machen wir. Wir reißen jetzt erstmal die Autobahn ab. Dann haben wir überirdisch etwas mehr Platz. Ich hoffe, dass das Ganze dann... Haha, da fängt's doch schon an. Ich hab' hier die Strom-Leckaboulage drunter gelegt. Okay, passt aber. So. Jetzt bauen wir mal kurz die Straßen. Moment, wobei kann ich das Stück auch noch abreißen? Nee, hier geht gar nichts. Schallschutzmauern dürften theoretisch auch egal sein. Ähm, wir geben hier mal eine freilaufende. Einmal unterirdisch. Am besten so früh wie möglich tief gehen. Ähm. Gehen wir noch eins tiefer. Wir scheinen hier... ...probleme zu haben. Wieso? Wieso? Ah. Okay, das macht dann nicht mehr mit. Müssen wir erstmal so... Zack. Etappenweise nach oben kommen. Soll ja jetzt auch nicht allzu sehr das Problem sein. Ja, schließen wir hier erstmal wieder an. Das ist natürlich jetzt sehr hübsch hier geworden mit dem... Achso, das ist bloß eine Vertiefung. Ja gut, die ist nicht ganz so tragisch. Reißen wir eben noch das andere Stück der Autobahn ab. Soll ja, ich muss halt nur aufpassen, weil ich hier jetzt nicht die falschen Sachen abreiße. So, hier kommen wir auch nicht mehr weiter. Bauen wir hier die nächste Autobahn hin. Beziehungsweise, Moment mal, das könnten wir hier die Ecke auch tiefer setzen. Hm, 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 machen wir einfach mal. Äh, die Erhöhung brauchen wir theoretisch gar nicht. So, und jetzt kannst du hier... Ja, wobei, bleiben wir hier nochmal kurz oben, damit wir das andere Stücke da angrenzen können. So, und jetzt einmal runter. Zack, noch eins tiefer. Ja, wie gesagt, unterirdisch ist es jetzt hier relativ scheißegal. Mal, wie das Ganze aussieht. So, damit haben wir die Dinger hier schon relativ parallel zueinander liegen. Sieht cool aus. Mit den Eingängen passt schon mal glücklicherweise. Auch wenn die Straße darunter ziemlich schief ist. Aber es passt. So, wunderbar, damit haben wir hier hinten das Ganze schon mal angeschlossen. Ähm, das machen wir einmal so vernetzen. Ja, passt, wackelt, hat erstmal Luft. Und wir können hier hinten noch ein bisschen Gewerbe mit dran bauen. Und unter anderem die Gebiete hier nochmal mit einer Straße vernetzen. Ähm, lassen wir erstmal die Zeit weiterlaufen. Und jetzt füllen wir mal hier das Ganze noch mit ein bisschen Gewerbe auf. Dumm, 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 dumm. Hier direkt neben der Autobahn. Gibt doch nichts Schöneres. Ein paar Einkaufszentren direkt neben der Autobahn. So. Und da sprießt es auch schon gleich in die Höhe. Ähm, allerdings jetzt vielleicht noch hier ein paar Straßen. Eventuell vierspurig. Joa, machen wir einfach mal vierspurig, oh. Und hoffen, dass wir Glück haben und unter der Brücke durchkommen. Hm, ein bisschen nach links. Da sind ein paar Pfeiler im Weg. Die bleiben auch im Weg, wie es aussieht. So. Nein. Nein. Ah, da war es gerade. So, sehr schön. Dumm, 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 dumm. Und hier nochmal einen Bogen anschließen. Hm, so. Nicht wirklich hübsch hier unsere S-Kurve, aber, naja, eher eine Z-Kurve. Aber es passt trotzdem. So. Wunderbar. Ähm, ja. Hier machen wir auch noch ein bisschen die Werbe hin. Genauso wie hier. Und zwischen die Gleise bauen wir aber nichts. Oder bauen wir da was? Ne, da bauen wir nichts. Ja, wobei, hier hinten haben wir auch was gebaut. Hm. Ich bin mir da gerade unsicher. So, wie viele Passagiere kommen hier an? 49. Von möglichen 200. Sehr schön. Oh, 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 oh. So, und damit haben wir hier einen normalen Bahnhof. Hier zum Beispiel könnten wir... Das werden wir hier auf jeden Fall machen. Den Bahnhof abreißen und dafür so einen modernen Bahnhof hinbauen. Hm. Einmal so, einmal so. So, das war der Modern Train Station. Was haben wir denn hier? Achso, das war die etwas größere Variante davon. Nein. Nein, verdammt, verdammt, verdammt. Ähm, beziehungsweise so könnte er passen. Bauen wir dann erstmal so hin hier. Jetzt habe ich nur, dass wir hier die Gleise auch rankriegen. Problemlos. Wunderbar, hier scheinen sie zu passen sofort auf Anhieb. Hm, hm, hm. Na, komm schon. So ein hässlicher Knickbogen drin, wie auch immer. Na, komm, machen wir es so. Und so. Jetzt müssen wir die Zeit wieder weiter voranschreiten. So, ja. Route ist gegeben, los. Die Route ist gegeben. Zack, zack, bitte, bitte. Na los, du kommst schon. Spann uns nicht so auf die Folter. Hm. Zeit vergeht schnell und die Route verbindet sich nicht. Ah ja. Jetzt haben wir schon mal die erste wieder. Und da ist auch schon die zweite. Ha! Dass der Krempel immer so lange dauern muss. Hm. Okay. Und als nächstes, wie gesagt, hier wollte ich, ich wollte die Autobahn eigentlich nie unterirdisch bauen. Aber andersrum, hm, könnten wir hier wieder ein bisschen Platz sparen. Haben von Hause aus weniger Lärmbelästigung, auch wenn die durch die Schallschutzmauer nicht allzu viel Lärmbelästigung hat. Aber es ist ja nun doch um einiges. So, unser Industriegebiet ist relativ gefüllt, aber ich glaube, so wirklich großen Stau haben wir nirgendwo. Schauen wir mal. Ja, hier ist das Ganze halt relativ zähflüssig. Aber es sind halt nur die Eckpunkte, die Kreuzungen. So wirklich ein Stau. Genauso wie hier. Und hier ist schon etwas voller die Straße. Es ist nur eine Vierspurige, könnten wir auf eine Sechsspurige erweitern. Oder die Ampeln deaktivieren, dann dürfte das Ganze auch passen. Ja, aber Summa Summaru sieht eigentlich relativ gemach aus. Also ich würde sagen, es gibt Schlimmeres. Und dass im Industriegebiet volle Straßen sind, ist klar. Mit dem ganzen Gewusel, mit den LKWs und so weiter. Schön ist ja, dass unsere Häfen relativ leer sind. Und auch relativ leer bleiben. Damit scheint das öffentliche Verkehrsnetz soweit schon mal ganz gut ausgebaut zu sein. Ja. Und ich sehe auch gerade auf dem Tacho wieder, wir haben es schon wieder mal soweit. Dann würde ich mich damit erstmal mit dieser Folge verabschieden. Hoffe, sie hat euch gefallen. Auch wenn sie nicht ganz so produktiv war, wie auch immer. Wir haben die Bahnhöfe ausgewechselt. Wir haben angefangen jetzt, die Autobahn unterirdisch zu setzen. Ich muss mal gucken, wie gesagt, jede Stücke. Die Autobahn hat sich hier immer ordentlich gefüllt. Muss ich mal schauen, ob wenn ich es unterirdisch selber baue, ob es denn so passt oder ob es irgendwie in die Hose geht. Und ich würde sagen, dem schließen wir uns an, klingt gerade sehr bescheiden. Ja, ob es was wird oder nicht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt gleich noch eine aufnehmen und verabschiede mich damit vorerst mal von euch. Sage macht's gut und bis dann. Ciao, euer Luxor.